Vor dem Maria-Einsiedelbad steht die ganze Karawane. Einsatzfahrzeuge, Notarztwagen, Feuerwehr. Es schüttet ohne Unterlass. Trotzdem ist das Absperrband gesäumt mit Schaulustigen. Unter Schirmen die ganze Haute-Couture des benachbarten Campingplatzes. »Te fix, warum seien die nicht in ihre Wohnwagen«, mosert Marder. Hummel parkt den Wagen vor der Holzwand des FKK-Bereichs. Sie gehen über die matschige Liegewiese bis zu der Stelle, wo der Eiskanal in das Gelände des Schwimmbads mündet. Zwei Taucher mühen sich im Wasser, räumen Äste, Blattwerk, Müll beiseite, um an die Leiche zu kommen. Von der sieht man im Moment nur einen nackten, weißen Arm.